13.02.2022, das Gebet mit Zeit. Okay. Most beloved, beloved and beloved Heavenly Father. Meist geliebter und geliebter himmlischer Vater. Manchmal wünsche ich mir, dass ich von all diesen Problemen wegfliegen könnte. Und diese Himmelbeträte, die nach meinem Namen rufen, wo Liebe und Harmonie, wo diese Flüsse überall sind und ich mein Zuhause finde. Aber wenn ich diese ganze Welt hinter mir lasse, dann sagt Gott, wärst du nicht gekommen, hätte ich 40.000 Jahre nie jemand anderen gefolgt. So wie dich. So viele kamen und so viele haben Gott verlassen. Weil sie keine Hoffnung gesehen haben. Sie waren frustriert. Sie waren unglücklich. Sie waren isoliert von der Gesellschaft. Sie hatten ein gebrochenes Herz. Ich habe diese Propheten getroffen. Und jedes Mal habe ich zu mir selber gesagt, ich werde nicht wie sie sein. Ich werde der Menschheit Hoffnung geben, bis zu ihrem letzten Tag. Meist geliebter himmlischer Vater, eigentlich möchte ich für gar nichts beten und dich fragen, bitten. Aber in meinem Herzen bewegen sich die Wellen, um zu sagen, dass ich die Leute sehen möchte, die die besser sind als ich. Die die tiefste, lebendige Beziehung mit dir haben werden. Zu denen du mehr und mehr dein Herz öffnen kannst. Ich weiß, das wird die zukünftige Generation sein. Das kann in unserer Zeit sein. Aber die Realität ist sehr schmerzhaft und bitter. Neben all diesen Ärgernissen und Ignoranzien gebe ich mehr Mühe, dass ich noch mehr von dir offenbaren kann. Und deinem Herz offenbaren kann. Und jetzt kommt wieder, ist fast wieder ein neues Buch fertig, vollendet. Und ich bete, dass du mir so viel Liebe und Kraft gibst, dass am Ende dieses Jahres dass ich zumindest sechs oder sieben Bücher rausbringen kann. Dass ich das Herz meines himmlischen Vaters trösten kann. Ich habe mein Herz verloren in Gott. Und ich möchte zwölf Bücher schreiben. Das ist mein Ziel. Zwölf Bände. Das dritte wird vollendet sein. Ich fange wieder zwei andere Bücher an. Für mich ist die Nacht eine sehr schlaflose Nacht. Ich reise und dann schreibe ich das alles auf. Und diese wahre Quelle meines meistgeliebten himmlischen Vaters, der mir diese Beobachtung und Erfahrungen gibt, dass ich mehr und mehr mitteilen kann und Gottes Liebe ausdrücken kann. Und Gott hat mich viele Male gerettet. Deine Grundlage wird zu der werden neue Kinder kommen. Und ich werde glücklich mit ihnen sein. Ich werde sichtbar für sie sein. Ich werde sie lieben und sie werden mich lieben. Die Erde wird zu denen gehören, die Gott lieben. Und ich war so, so glücklich. Aber jedes Mal hat Gott noch einen weiteren Satz gesagt. Gott sagte, ich werde nie wieder jemanden so finden, der wie du ist. Das hat mich verletzt. Ich fühle, als hätte ich ein gebrochenes Herz. Ich möchte, dass Gott noch jemanden besseren als mich findet. Den Grund dafür werden wir im geistigen Leben kennenlernen, wenn wir Flügel haben und wir mit Lichtgeschwindigkeit das ewige Leben sehen können. Und dann werden wir wachsen und dann werden wir mehr und mehr auf tiefste Weise Gott kennenlernen. Ich war so bewegt in einer Nacht, dass du mich in die Zukunft in das Jahr 10.011 gebracht hast. Ich war so glücklich. Diese Welt hat geleuchtet in der Liebe Gottes. Bis jetzt ist diese Welt gefüllt mit Dunkelheit. Sie sind gemein, grausam. Sie verletzt sich gegenseitig. Und sie fühlen keinen Schmerz. Aber ich bin glücklich, dass ich diese Grundlage legen konnte. Wenn ich mich nachts, in der tiefen Nacht selber frage, Gibt es noch etwas, was ich mehr für Gott tun kann? Dann schreit mein Geist heraus und mein Herz. Wir sind glücklich mit dir. Und dass es selbst die Möglichkeit gab, dass ich mein Leben für die Menschheit geben konnte. Dann werde ich das tun, wenn diese Möglichkeit kommt. und meine Vergangenheit sagt, dass ich wieder und wieder mein Leben und mein Blut für den Himmel geben werde. Aber ich lebe. Das ist ein Wunder. Meist geliebter Mischofvater. Danke, dass ich die Zukunft der Menschheit sehen konnte. Aber gleichzeitig hat mich das aufschreien lassen. Und ich vergieße viele Tränen in der tiefen Nacht. Dass in diesem Jahrhundert viele Dinge passieren, die ich mir gewünscht habe. So viele Revolutionen, so viele Kriege werden kommen. Aber gleichzeitig bete ich, ich bin alt, aber ich bin nicht so alt, gib mir die Möglichkeit, wo ich weltweit über dich reden kann. Mein Herz hat gesagt, dass ich diese Leute bringen werde, vielleicht nicht in Deutschland, aber vielleicht aus verschiedenen Plätzen aus der Welt. Und da werde ich diesen Samen in dieser Welt errichten, sehen. Unsere Nachricht kommt selbst nach Neuseeland, ans Ende der Welt. Unsere Bücher sind überall auf der Welt. Danke für diese Technologie, dass ich in meinem Büro sitzen kann und dass ich über die ganze Welt kommunizieren kann. Würde ich im Mittelalter leben und mit einem Kamel oder Esel reiten müsste, wie weit würde ich da kommen? Vielleicht würde ich umgebracht werden. Selbst aus Arabien treten uns Leute jetzt bei. Und wenn ich dort hingehen würde, dann würden sie mich umbringen. Aber überall diese Nachricht, dass sie überall hingeht, das sagt mir etwas. Dass dieser Wind Gottes weht über die ganze Menschheit, über ihr Herz. Und dieser Wind wird mehr und mehr weil Gott hat gesagt, Du hast Deine Grundlage gelegt. Du hast Deine Verantwortung erfüllt. Ich bin glücklich mit Dir. Aber jetzt werde ich Deine Nachricht über die ganze Welt bringen. Ich weiß, Himmlischer Vater. Für Dich und die Himmel ist es einfach, diese Nachricht zu bringen. Weil, wenn Dein Wind weht, dann wird die Frühlingszeit kommen. Aber manchmal wundere ich mich. Wenn ich diese Grundlage nicht geschaffen hätte, wie hätte sich Dein Wind über die ganze Menschheit gebeten? Wie viele hätten Dein Herz kennengelernt? Wie viele hätten herausgefunden oder hätten diese Brücke zu Deinem Herzen kennengelernt? Dafür wir sind sehr glücklich, dass Du unser Herz trösten möchtest. Und dieses Jahr bete ich, dass mehr und mehr Bücher herauskommen. Das sind nicht die Bücher, das sind nicht einfach nur Bücher, sondern Gott öffnet dort sein Herz. Wenn ich spreche, spreche ich im Namen Gottes. Gottes Licht sitzt vor mir. Und viele Male hält Gott meine Schultern, damit kann ich Gottes gebrochenes Herz ausdrücken. Viele sagen, oh, wenn Du sprichst, gibt es so viel Schmerz. Aber die Frage ist, wer gibt diesen Schmerz? Gott hat diese Schöpfung zur Glückseligkeit erschaffen, zur Freude. Aber warum gibt es so viel Schmerz? Letztes Mal haben die Hindu-Gurus mir geschrieben. Oh, deine Bücher zu lesen bringt so viel Traurigkeit. Und er hat mir den Schmerzschlag gegeben, dass ich der Menschheit helfen soll, dem ich singe, tanze und dir Freude bringe. Und der Menschheit sage, dass Gott nicht existieren würde. Dass nur Göttlichkeit existieren würde. Und das ist so lustig, dass das Ergebnis des Lebens da ist, aber der Grundtod, von dem es herkommt, der Ursprung, das ist so traurig. Aber ich werde immer sprechen, was Du gesagt hast, nicht, was die Welt sagt. Und in diesem Moment bete ich auch, vor allen Dingen öffne die Herzen meiner Mitglieder, damit sie nicht einfach nur diese Rechtfertigung geben. Oh, eines Tages werde ich das lesen. Gott steht in diesem Buch und will, aber sie haben keinen Zeit, Gott steht in diesem Buch und wartet auf sie, aber sie haben keine Zeit, er wartet auf sie und sie zu umarmen, aber sie möchte sie umarmen. aber sie haben so viel Ignoranz, dass sie so wenig Zeit für Gott haben. und dann habe ich in der Zukunft gesehen, als das Königreich Gottes errichtet wurde, jede Geschichte der Liebe, die ich offenbart habe, diese Kinder kennen das mit ihrem Herzen und mit ihrem Geist und die haben das nie vergessen. Diese Liebe war da, die ich ihnen gegeben habe und diese Bücher öffnen Millionen von Fenstern in ihrem Herzen. Vater, hilf uns, schick deine Engel oder deine Wesen. Es gibt einen langen Weg, den wir gehen müssen, um diese Grundlage zu schaffen. Aber wir werden weitergehen, bis dieses Leben zu uns sagt, auf Wiedersehen. die geistige Welt dort wartet nur das Ergebnis. Das wird sehr traurig sein, wenn wir denken, dass wir zurückgehen wollen und dass wir ein besseres Leben schaffen wollen, wenn wir dann tot sind, für die Menschheit. Weil das ist dann nicht mehr möglich. Dafür bete ich meistgeliebter Mishapata und im Namen von Gottes Herzen. Amen.